Ja Leute, gestern ist es soweit gewesen und wir haben jetzt wirklich sehr lang drauf gewartet und möglicherweise war da auch ich zum Großteil mit dran schuld, weil ich schon sehr früh angefangen hab Wind für den Trailer 2 zu machen, aber ich dachte mir eben einfach, ey, ich hab quasi die Mitteilung bekommen, der Trailer wird am Mittwoch um 18 Uhr gedroppt, deswegen dachte ich mir, komm, das muss ich auf jeden Fall mit euch teilen und das hab ich auch gemacht und deswegen haben wir uns zur Aufnahme des Videos hier gestern Abend zusammengesetzt, live auf Twitch und haben den gesamten zweiten Trailer von Godzilla Kong The New Empire geschaut. In diesem Video jetzt hier werden wir den kompletten Trailer so auseinander nehmen, wie Colin Trevorrow das gesamte Jurassic Franchise und einfach mal darüber reden, was wir denn da wirklich gesehen haben, beziehungsweise was ihr vielleicht sogar übersehen habt. Und ganz wichtig jetzt, bevor das Intro kommt, weil die Frage auch aufgekommen ist, kannst du nicht auch mal die gesamten Twitch-Livestreams auf YouTube hochladen? Die Antwort hierbei ist Jein. Ich hab ja meinen Reaction-Kanal, den hab ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du, da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken, da lade ich quasi alle Reactions gestaffelt nach Thema auch dann wirklich hoch. Allerdings hab ich auch schon mal versucht, einen gesamten Twitch-Livestream auf YouTube hochzuladen, nur hat Twitch irgendwie andere Vorgehensweisen in Sachen Urheberrecht als YouTube, zum Beispiel, blendet Twitch automatisch Soundtracks im Hintergrund aus, während YouTube einfach dann direkt anfängt, dir die Tür einzutreten und dir eine Waffe an den Kopf zu halten. Aus diesem Grund kann ich die gesamten Twitch-Streams nicht so auf YouTube hochladen, was ich aber jetzt eben machen werde und ja, ey, davon profitieren dann jetzt eben die Kanalmitglieder. Ich werde die gesamten Twitch-Livestreams für alle Kanalmitglieder auf YouTube online schalten. Da die dann eben nicht öffentlich sind, bekomme ich hier dann weniger Schwierigkeiten, wenn mal jetzt ein gesamter Trailer dabei gezeigt wird, ohne dass ich irgendwie drüber rede oder ähnliches und ey, YouTube kann man verstehen, muss man aber nicht, so viel eben einfach noch dazu Info. Und jetzt fangen wir an, uns den Trailer, den zweiten Trailer von Godzilla Kong zur Brust zu nehmen und schauen mal, was der Trailer uns alles verraten hat, beziehungsweise was er uns auch nicht verraten hat und welche Theorie bestätigt wurden, beziehungsweise welche Theorien einfach jetzt komplett ausgeschlossen werden können. Viel Spaß mit dem Video. Okay, ich habe einfach gerade so unfassbar Bock drauf, dieses Video hier zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ich am besten anfangen soll. Zuerst habe ich mir gedacht, komm, ich mache das Ganze in so Kapitel, dass wir über verschiedene Sachen einfach reden, wie Kapitel 1, Skarking, Kapitel 2, Kong, Kapitel 3, Godzilla. Dann würde ich allerdings bestimmte Sachen, die ich vielleicht nicht im Kapitel unterteilen kann, nicht besprechen können. Deswegen fangen wir einfach mal an, den Trailer so zu besprechen, nach chronologischer Reihenfolge, wie er eben auch einfach abgelaufen ist. Zu Beginn des Trailers sehen wir eine Szene, die wir auch aus dem ersten Trailer schon so ähnlich kannten, nämlich die Szene, in der in Ägypten sich das große Loch öffnet, das runter in die Hollow Earth führt. Das Loch, wo einige davon ausgehen, dass das blaue Leuchten hier dann auch wirklich zu Shimo gehört. Auf Shimo kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Was mir allerdings aufgefallen ist, was ich auch im Livestream erwähnt habe, ist, ich habe das Gefühl, dass die wirklich an der Technik, gerade eben am CGI, nochmal wesentlich mehr gefeilt haben. Und ja, ey, jetzt die ganzen Leute, die in Trailer 1 ja natürlich wieder total belanglos gemeckert haben, das sieht aber irgendwie alles so ein bisschen noch nicht so ganz fertig aus. Wo ich noch gesagt habe, wartet doch einfach mal ab, ich wette mit euch spätestens in Trailer 2 wird das CGI viel besser aussehen. Und ihr habt dann darauf geantwortet, das kann überhaupt nicht sein, die haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. End vom Lied ist gewesen, Trailer 2 sieht in jeder Hinsicht besser aus als Trailer 1. Ja, sie haben sogar laut offiziellen Angaben von Adam Wingard noch einiges mehr am CGI verarbeitet oder eben bearbeitet, damit der Trailer eben so gut aussehen könnte. Beziehungsweise damit der Film im Endeffekt besser aussehen wird als der erste Trailer. Und von daher wurde da vielleicht wieder mal ein bisschen zu viel gemeckert im Voraus, was ich niemandem unterstellen will, aber es ist halt jedes Mal dasselbe. Von daher, ja, Trailer 2 sieht um einiges besser aus als der erste Trailer. Und wir sehen jetzt eben hier auch wieder, wie sich die Erde auftut in Ägypten und Kong zum Vorschein kommt. Rebecca Halls Stimme erklärt uns dann, dass beide Kaito-Varianten, also eben einmal die Titans, die Titanen und eben die Kongs aus einem bestimmten Grund existieren. Wir sehen zum einen darauf hin, wie Kong mit Gia in der Hohlerde kommuniziert, indem er ihr so den Finger hinstreckt. Ist eine ziemlich coole Szene, zumindest rein vom Optischen her. Und wir erfahren darauf hin, dass die Titanen dafür verantwortlich sind. Also in diesem Fall eben Godzilla, der ja quasi der letzte dieser Godzilla-Rasse ist. Ich schätze mal, sie meint mit Titanen speziell die Godzilla-Spezies. Denn die sind dafür da. Oder die haben die Aufgabe, die Natur im Gleichgewicht zu halten. Die sollen die Natur beschützen. Und das macht auch total Sinn zu dem, was wir in der Apple TV Plus Serie Monarch Legacy of Monsters erfahren haben. Denn da wurde ja ganz klar gesagt, dass Godzilla Gewalt anwenden wird, wenn es darum geht, das Gleichgewicht herzustellen und dafür sorgen muss, dass die Menschen an der Oberfläche bleiben und die Titanen eben in der Hollow Earth. Das ist Godzillas Aufgabe. Er ist quasi ein Wächter des Gleichgewichts. Parallel dazu wird uns dann ebenfalls noch erklärt, dass die Kongs, also die gesamte Kong-Spezies, die Affen, die in der Hollow Earth unten leben, die Beschützer der Menschen sind. Und das finde ich sehr interessant. Ich habe es ja schon mal angesprochen gehabt. Wir haben erst vor kurzem live auf Twitch den zweiten Godzilla-Monster-Verse-Film, Godzilla King of the Monsters, geschaut. Und ich muss jetzt hier gleich mal dazu sagen, ich finde, King of the Monsters ist maßlos überschätzt. Und ihr könnt mir jetzt gerne böse Kommentare unten reinschreiben. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Godzilla vs. Kong hat langsam einen höheren Stellenwert bei mir. Oder hat es jetzt wirklich bekommen? Komm, ich sage es einfach genau, wie es ist. Ich finde Godzilla vs. Kong inzwischen wesentlich besser als King of the Monsters. King of the Monsters reißt bestimmte Sachen an, wie diese Atlantis-ähnliche Stadt, wo Godzilla leben könnte und geht aber einfach null darauf ein. Und dann habe ich noch in unserem Livestream gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass wir so eine Mythologie mal ein bisschen mehr aufbauen. Und nicht einfach nur wie in King of the Monsters, ah, da ist Mothra, check, da ist Rodan, check, da ist Ghidorah, check, Monsterkloppe, bam, bam, bam. Ich weiß, ihr wollt das ganz gerne haben, ist eine subjektive Meinung. Ich freue mich drüber, dass wir jetzt eine Mythologie aufgebaut bekommen. Die uns in die Vergangenheit zurückversetzt. Denn Godzilla vs. Kong wird hier einen großen Flashback bekommen. Und der Trailer suggeriert uns jetzt schon mal, dass wir erfahren werden, welchen Zusammenhang die Godzillas und die Kongs auf unsere Erde und eben uns Menschen haben. Das Ganze kann natürlich immer noch total dämlich sein im Endeffekt. Da kann man jetzt wieder anfangen Spekulationen zu machen. Ja, aber ich finde das ja blöd. Da sage ich ganz ehrlich mal abwarten. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass sie jetzt diesen Weg gehen, uns wirklich zu erklären. Es gibt einen Grund, warum diese Kaidu da sind. Schon fast wie einen riesigen Kreislauf. Es gibt einen Grund dafür, warum es Kongs gibt. Es gibt einen Grund dafür, warum es Godzillas gibt. Und dann könnte man sich auch wirklich wieder die Frage stellen, Wenn das die Wächter sind, der Natur und eben auch der Menschen, wer hat die Wächter dann wirklich zu diesen Wächtern gemacht? Oder gibt es vielleicht noch eine höhere Kreatur, die da mit in die ganze Nummer rein spielt? Ich meine, wir kommen wieder zurück auf Shimo. Es wurde bestätigt, dass Shimo der älteste bisher existierende Kaidu ist, den wir als Zuschauer jemals sehen werden. Das heißt nicht, dass vielleicht dann im nächsten Film der nächste Kaidu kommt, der auf einmal noch älter ist. Aber könnte es sein, dass wir da einfach die komplette Backstory erfahren, dass die Pyramiden ja auch scheinbar so wichtig sind für den Film, die wir jetzt hier auch im Trailer öfter sehen. Gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Da die Kaidu und die Menschen vielleicht früher sogar zusammengelebt und zusammengearbeitet haben. Haben wir vielleicht irgendeinen Teil unserer Geschichte vergessen? Könnte Skarking da mit drin hängen? Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, was da jetzt für Türen aufgemacht werden. Und eben, was da jetzt für Potenzial, für eine schöne Geschichte gesponnen wird. Das Ganze wird wahrscheinlich jetzt kein extrem komplexes Konstrukt werden. Da bin ich auf eurer Seite. Da sage ich auch, nee, da kommen mehr Monster-Action auf jeden Fall als jetzt irgendwie eine Inception-mäßige Geschichte. Aber trotz allem freue ich mich darüber, dass man diesen Weg geht und wirklich versucht, da eine gewaltige, große Geschichte aufzubauen. Wenn man eben schon sagt, okay, wir wollen jetzt in diese ganze Universumsriege reingehen, dann gibt mir jetzt auch einen Grund, wirklich zu sagen, okay, warum soll ich dann die nächsten Filme noch gucken? Ich glaube, wir bauen jetzt hier etwas gewaltig Großes auf und das fängt eben damit an, dass wir jetzt erfahren, Godzilla, der Wächter der Natur, Kong, der Wächter der Menschen. Im nächsten Shot sehen wir dann auch Godzilla und da war ich ein bisschen verwirrt. Also wir sehen zuerst einen superschönen Shot, der gefällt mir echt gut, wo dann eben auch Rebecca Halls Stimme sagt, ja, Godzilla ist quasi der Wächter der Natur. Und dann sehen wir, wie Godzilla durchs Meer durchschwimmt und die Wellen schlagen so über ihn drüber. Und dann bekommen wir einen Cut und wir sehen Godzilla in seiner Evolved-Form. Und er schwimmt dann einfach komplett in Rage unter so einer Brücke durch und zerstört alles, was oben drauf ist. Wir sehen sogar Autos, die runterfliegen. Ich schätze mal, dass dabei sogar Menschen sterben werden. Hier ist dann eben wieder die Frage, okay, was hat Godzilla so in Rage versetzt? Kommen wir vielleicht wieder zu der Theorie zurück, ob Ska King Godzilla manipuliert hat. Das würde das Ganze irgendwie erklären. Ihr könnt mir dazu gerne mal eure Theorien in die Kommentare unten reinschreiben. Wir bekommen später im Trailer noch ein paar andere Szenen, wo wir uns auch gestern bei Twitch nicht wirklich einig waren, was da gerade passiert. Auf jeden Fall war das irgendwie auch ein relativ lustiger Kontrast, der vielleicht beabsichtigt war, vielleicht aber auch nicht, dass Rebecca Hall eben sagt, dass die Kongs die Menschen beschützen und eben Godzilla die Natur beschützt. Und danach sehen wir, wie Godzilla einfach durch so Menschenmassen durchrauscht, die in ihren Autos auf so einer Brücke drauf sitzen. So vielleicht war das einfach nur unglücklich gewählt. Vielleicht war das aber auch irgendwie ein Hinweis dahingehend, dass die Menschheit so ein bisschen gegen die Natur agiert und deswegen Godzilla gegen die Menschheit agiert. Das wäre vielleicht noch ein bisschen weit hergeholt. Aber so Gedanken haben wir uns eben dann auch darüber gemacht. Eine weitere Theorie ist auch, dass dieser ganze Moment, in dem wir sehen, wie Godzilla unter der Brücke unten durchschwimmt, einfach nur eine Vision von Gia selber ist. Denn wir sehen kurz darauf, dass mit Gia irgendwas nicht so ganz zu stimmen scheint. Die bekommt fast wie so posttraumatische Panikattacken. Wir sehen, dass sie dann irgendwann so eine Uhr anschaut und die Uhr fängt an zu flackern. Und ja, da haben wir gestern eben wieder auch extrem abgenerdert im Stream. Wenn ihr hier an der richtigen Stelle auf Stop drückt, seht ihr zum einen, wie diese Schriftzeichen an der Uhr irgendwann das Symbol einer Motte ergeben. Wenn ihr dann noch zwei, drei Frames weiter drückt, ich glaube bei Sekunde 0,0, äh 3,0, also bei Sekunde 30, mal genau da auf Stop drücken, da seht ihr für einen ganz kurzen Moment, wie in Gias Auge Mothra zu sehen ist. Und ja, Mothra wird definitiv zurückkehren. Das haben uns die Spielzeuge bereits bestätigt und auch der Trailer geht darauf später nochmal ein bisschen genauer ein. Und auch hier sehen wir dann, dass Gia irgendwie eine Art Vision vermittelt bekommt. Zum einen eine Vision, wie Skarking in den Städten randaliert, zum einen aber auch eine Vision von einem Godzilla, der komplett in Rage gerät. Also es könnte wirklich sein, dass alle Szenen, die wir im Trailer gesehen haben, wo die Menschen gegen Godzilla kämpfen, dass das entweder zum Teil Flashbacks sind und aber auch zum Teil Visionen, die so eintreten können. Vielleicht wenn Skarking sein Ziel erreicht und dann könnte er Godzilla auch manipulieren oder irgend so etwas. Ich meine, wie ist denn das im Endeffekt? Es haben sich ja sämtliche Kaiju Godzilla untergeordnet, nachdem Godzilla der mächtigste Kaiju von allen wurde. Wenn jetzt aber ein Shimo auftaucht und Shimo und Skarking gemeinsam die mächtigsten Kaiju von allen werden, würde sich dann ein Godzilla vielleicht auch automatisch ihm unterordnen, dass das irgendwie so eine natürliche Reaktion darauf ist. Irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall bekommt Gia anscheinend durch irgendeine Energie von Mothra Warnungen zugesendet. Und darauf geht dann eben auch Rebecca Holz Stimme noch im Hintergrund weiter ein. Zuerst denken wir, dass sie von Skarking redet, weil sie dann darauf eingeht, dass dieses Gleichgewicht von wegen Natur beschützten Menschen beschützen wird eben jetzt gestört. Und sogar Godzilla und Kong bekommen Angst vor dem, was jetzt kommt. Und dann sehen wir erstmal, wie Skarking so eine Arena runterhüpft. Und das scheint wirklich eine Arena zu sein, wo Skarking andere Kongs opfert. Denn wir sehen zum Beispiel auch, dass es bestimmte Kongs gibt. Die haben so wie Saruman's rote Hand auf der Brust drauf, so ein blutverschmiertes Symbol. Und die feuern eben auch dann so diesen Kampf da unten in der Arena an. Das sind anscheinend die bösen Kongs. Also die sind auf der Seite von Skarking. Während die guten Kongs, die in der Mitte sind, total verängstigt hin und her schauen. Und dann geht diese Lavawand langsam auf. Und wir sehen zum allerersten Mal die zwei Augen von Shimo, der dann eben aus diesem Lavagefängnis in die Arena zu kommen scheint. Und ich hatte ja bereits die Theorie aufgestellt, dass ich glaube, dass Skarking Kongs an Shimo opfert. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht damit Shimo einfach auch nur Nahrung hat oder irgendwie Energie bekommt oder ähnliches. Und das scheint hier wirklich zu passieren. Das heißt, Tsukos Familie könnte tatsächlich an Shimo geopfert werden. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich habe da direkt ein anderes Bild von Shimo bekommen. In meiner Auffassung war Shimo immer so das Opfer der Geschichte. Der war nie böse in meinen Augen. Der war einfach... Sollte einfach immer nur von Skarking manipuliert werden oder ähnliches. Hier sieht es ein bisschen so aus, als wäre Shimo einfach nur eine wilde Bestie. Die scheinbar wirklich, naja, sich einfach nur von den Energien der Kongs ernährt oder eben einfach nur fressen will. Wir sehen sogar ganz kurz darauf einen extrem coolen Kampf zwischen Skarking und Kong. Und auch hier sehen wir, wie Kong von der Peitsche von Skarking die Hand aufgeschlitzt bekommt. Und nein, das ist aber nicht die Hand, die den Handschuh später bekommt. Tatsächlich ist das die falsche Hand. Wenn ihr mal darauf achtet, er bekommt, glaube ich, die linke Hand aufgeschlitzt. Die da. Und die rechte hat aber später diesen Handschuh an. Das heißt, mit der Hand muss nochmal irgendwas passieren. Denn wir sehen dann eben auch kurz danach, dass Shimo seinen Ice Raid Blast gegen Kong einsetzt. Und er wehrt diesen Angriff mit der Axt ganz schwierig ab. Und was wir aber davor sehen in diesem Shot, ich hoffe, ich kann es hier gerade mal einblenden. Deswegen, das sind so ganz viele Eisfetzen. Das sieht so aus, als hätte Shimo, kurz bevor er Kong angegriffen hat, die ganzen anderen Kongs mit seinem Eisstrahl erwischt. Und deswegen flackern eben dann auch so die letzten Schneeflocken dieses Angriffs auf Kong zu. Während dann der nächste Eisstrahl direkt von Kongs Axt quasi abgeblockt wird. Und dieser Block könnte allerdings so mächtig gewesen sein, dass Kong sich dabei den Arm bricht oder ähnliches. Auf jeden Fall scheint Kong hierbei wirklich den Kampf zu verlieren. Achso, nur bevor ich es jetzt vergesse. Wenn man bei den Visionen die Gia hat, das sind ja wirklich nur ganz viele Frames aneinandergeklatschten, verschiedene Versionen. Wenn wir da zum richtigen Zeitpunkt auf Stop drücken, sehen wir ebenfalls auch dieses Bild. Was uns hier einen sehr coolen Einblick gibt, wie groß Shimo wirklich ist. Hier sehen wir wirklich mal Shimo zum ersten Mal in kompletter Montur. Der sieht schon sehr gewaltig aus. Und auf diesem Bild hier kämpfen scheinbar Kong gegen Skarking und Godzilla gegen Shimo. Da das Ganze aber im Trailer so verpackt ist, als wäre das eine Vision von Gia. Ich hoffe nicht, dass diese gesamte Szenerie mit dem großen Endfight in Rio de Janeiro dann auch wirklich nur so eine Vision ist. Ich meine, habt ihr die Twilight-Filme mal gesehen? Den letzten Twilight-Film, wo am Ende eine Schlacht passiert und dann gibt es einen Cut und dann war doch nur eine Vision. Ist alles gar nicht passiert. Ey, das wäre echt kacke. Aber das werden sie schon nicht machen. Ich glaube, dass dieser Kampf wirklich stattfinden wird. Außerdem können mir auch mal ein paar von euch jetzt in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr glaubt, warum Mothra so ein Draht zu Gia hat. Gibt es da irgendwelche Indizien zu den alten Toho-Filmen? Weil, wie gesagt, ich habe noch nicht alle alten Toho-Filme gesehen. Da bin ich noch nicht so weit, dass ich das irgendwie wissen könnte. Nur ich weiß, dass irgendwie eine Wiedergeburt von Mothra auch schon mal in den Toho-Filmen ein Thema war. Vielleicht könnt ihr mir das dann damit erklären, warum hat Mothra so eine Verbindung jetzt zu Gia? Aber das, ja, das wäre auf jeden Fall eine ganz coole Nummer. Kurz danach sehen wir wieder einen Shot und wir sehen Godzilla in einer neuen Variante. Und diese Variante jetzt hier, die sieht aus wie diese, ah, sie hat einen Namen und ihr habt es mir auch gestern erklärt. Diese Atomic-Variante, wo er quasi in King of the Monsters dann diesen orangenen, atomaren Körper bekommt. Den Atomic-Godzilla nennen wir ihn einfach mal. Das hier ist anscheinend dieselbe Variante, nur eben mit blauer Energie. Und diese blaue Energie, die gab es allerdings auch schon vorher. Und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, wo denn? Die Antwort ist, im Comic Godzilla Aftershock war es, glaube ich, gewesen, wo Godzilla diese Form bereits angenommen hat, um gegen Muto Prime zu kämpfen. Und genau das deckt sich jetzt auch so ein bisschen mit dem, was Adam Wingard ja von vornherein angekündigt hatte. Wir werden in diesem Film die meisten Godzilla-Verwandlungen von allen Godzilla-Filmen sehen. Und wir können ja mal ein bisschen zusammentragen, was wir bisher gesehen haben. Wir sehen auf jeden Fall den ganz normalen Godzilla aus dem Shot in Rom zum Beispiel. Wir sehen Godzilla, wie er seinen Atomic Breath schießt und eben einfach nur seine Schuppenblau leuchten. Dann sehen wir eben hier diesen Atomic Blue Godzilla, nennen wir ihn einfach mal. Der Atomic Godzilla, den wir in King of the Monsters gesehen haben. Der soll anscheinend auch noch einen Auftritt haben, dieser orange leuchtende. Dann haben wir noch Godzilla Evolved und ja, laut Gerüchten wäre das hier auch noch eine neue Godzilla-Variante. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, das hier ist auch Godzilla Evolved. Wir haben eben nur noch einmal die Variante Godzilla Evolved, wie er den Atomic Breath ausschießt, deswegen auch dann dabei leuchtet. Und dann eben den nicht leuchtenden Godzilla Evolved. Und auch hier haben wir schon eine weitere Bestätigung, warum Mothra auf jeden Fall zurückkehrt. Ich meine, wir haben Mothras Gesicht ganz klar gesehen und wir kommen auch gleich noch weiter im Trailer dazu, wo uns Mothra erneut nochmal gezeigt wird. Aber allein, dass Godzilla hier diese Atomic Form annehmen kann, nur eben mit blauer Farbe. Ihr könnt mich gern korrigieren, aber konnte er das in einem zweiten Film nicht auch nur deswegen, weil Mothra ihm diese Energie, diese Sporen gegeben hat? War da nicht irgendwas damit gewesen? Ebenfalls sehen wir in dem Trailer ein komplett neues Portal in die Hollow Earth, wo ich auch nicht genau weiß, warum wir jetzt ein neues Portal brauchen. Was wurde aus dem alten Portal, aus Godzilla vs. Kong? Und dieses Portal hier scheint jetzt wesentlich stabiler zu sein und auch um einiges größer. Und das Set hier ist irgendwo in Brasilien. Also die waren nie in Brasilien beim Original Filmdreh. Warum auch? Wir haben hier heutzutage Greenscreen. Aber auf jeden Fall soll die ganze Szenerie hier in Brasilien spielen. Dieser Strand hier ist allerdings nicht die Copacabana von Rio de Janeiro. Das ist irgendwo anders, wahrscheinlich trotz allem irgendwo in Rio. Die Copacabana sehen wir aber später noch im Verlauf des Trailers. Kurz daraufhin wird uns das Ei von Mothra gezeigt, das quasi dann noch von dem Freund von Rebecca Hall berührt wird. Und ich sage einfach ganz klar, ja, das ist auf jeden Fall das Ei von Mothra. Das heißt, die gesamten Theorien, auch meine Theorie, dass Gia, wie sie im ersten Trailer so die Hand nach oben hält und diese Sporen entgegenkommt, dass das Mothra ist, wurde nahezu offiziell bestätigt durch diesen Trailer. Mothra wird eben wiederkehren. Das haben wir am Auge jetzt gesehen. Wir haben es an der einen Form von Godzilla gesehen. Und jetzt sehen wir eben noch dieses Ei. Wenn das hier nicht das Mothra-Ei wäre, wäre das schon sehr seltsam. Also Mothra wird auf jeden Fall wieder mit am Start sein. Noch dazu sehen wir dann kurz darauf erneut die Mauer in der Hollow Earth mit diesem riesigen Handabdruck von Skarking. Diese Bluthand quasi. Und diesmal wird im Hintergrund ein bisschen mehr erklärt, was das wirklich ist. Denn im Original oder im ersten Trailer haben wir nur erfahren, dass das nicht der Handabdruck von Kong ist. Mehr wurde ja nicht gesagt. In Trailer 2 jetzt aber wird ganz klar gesagt, das hier ist nicht nur ein Zeichen. Es ist ein Aufruf zum Krieg. Und ey, ich hoffe wirklich, dass wir irgendeine Art von Schlacht-Szenen noch bekommen werden. Quasi, dass die bösen Kongs gegen die guten Kongs kämpfen, könnte ich mir ganz gut vorstellen. In meiner Traumvorstellung würde das Ganze so aussehen, dass auch wirklich eine Armee von bösen Kongs an die Oberfläche kommt. Und dann die Menschen mit Panzern und Flugzeugen und Kriegsschiffen gegen eine Armee von bösen Kong Kaiju ankämpfen müsste. Allerdings gibt es im Trailer keinen einzigen Indiz dahin, dass diese Kong-Armee an die Oberfläche kommt. Und es gibt eher ein paar Indizien dahingehend, dass die Kong-Armee in der Hollow Earth gegen andere Kongs kämpft. Ist auch okay, ist auch ganz cool. Auf jeden Fall, ja, wir bekommen auf jeden Fall hier einen kleinen Kaiju-Krieg zu sehen. Der dann auch wahrscheinlich dazu führt, dass wir ein Rückblende eben sehen, in Bezug auf diesen Krieg, der jetzt bevorsteht. Als eine Art Warnung, dass das ja schon mal passiert ist, vor so und so viel tausend Jahren eben der Krieg zwischen den Godzillas und eben den Kongsten, dass der eben damals nicht ganz so gut ausgegangen ist. Achso, noch eine Kleinigkeit, wenn wir uns das Gefängnis von Shimo mal ansehen, also diesen Wasserfall, wo er wohl drunter irgendwie eingesperrt ist, was ja wie so ein Käfig wirkt. Wenn ihr da mal auf den Hintergrund achtet, der hat dieselben Farben wie im ersten Trailer dieses Eisgefängnis von Godzilla Evolved. Und ich kann mir darunter noch nicht genau irgendwas vorstellen, aber diese Farben haben irgendwas zu bedeuten. Ebenfalls zeigt uns der Trailer aber auch wirklich, dass die Godzilla Evolved-Form tatsächlich den Großteil des Films mit am Start sein wird. Und ich habe ja gedacht, ey, das wird wahrscheinlich erst ganz am Ende dann passieren, dass Godzilla ganz zum Schluss erst in diese Evolved-Form kommt. Nein, meine neue Theorie ist wirklich, dass Godzilla bereits in der Evolved-Form ist, relativ früh im Verlauf des Films und danach von Shimo besiegt und eingefroren wird. Das heißt, dieses Eisgefängnis, was wir im ersten Trailer gesehen haben, hat nichts mit irgendeiner Metamorphose zu tun. Das hier ist wirklich ein Eisgefängnis von Shimo, in welches er Godzilla eingesperrt hat. Und dann sehen wir auch noch später im Trailer, wie Godzilla aus so einem Abgrund rauskommt und Kong kommt hinter ihm her. Meine Prognose ist, dass Kong Godzilla hier einfach befreit hat und jetzt beide in den Kampf gegen Skarking und Shimo rennen. Daraufhin sehen wir dann auch noch einmal ein Bild von Shimo. Ich habe das Bild hier gerade mal für euch eingeblendet. Wenn wir da mal ganz genau drauf schauen, sehen wir, wie Shimo einen Eisstrahl in die Atmosphäre hochballert. Und da gab es auch ein paar von euch, die gesagt haben, ja, Shimo hat hier wahrscheinlich Mothra angegriffen. Ich glaube eher, dass Shimo hier versucht, die Atmosphäre zu verändern, weil parallel dazu, wie er seinen Eisstrahl auch nach oben schießt, gefriert einfach in Rio der gesamte Boden. Die Leute fangen an wegzurennen. Und wir sehen auch hier auf dem Bild, da unten links in der Ecke, da steht auch noch ein Skarking rum. Und das hier rechts in der Ecke, das könnte irgendwie ein am Boden liegender Kong sein, der gerade den Kampf verloren hat. Also, Shimo wird hier wirklich versuchen, eine weitere Eiszeit hervorzurufen. Und auch hier gab es ja schon die Theorie, dass Shimo damals für die Eiszeit verantwortlich gewesen ist. Und in der Welt von Godzilla, nicht wieder kommen mit da, aber die Wissenschaft sagt was anderes. In der Welt von Godzilla soll Shimo für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich gewesen sein. Die Theorie gibt's. Und wenn das irgendwie so der Fall wäre, dann würde ich das doch irgendwie relativ cool finden. Was genau allerdings jetzt Skarkings Mission dahinter ist, verstehe ich immer noch nicht genau. Also, Skarking hat scheinbar Shimo unter Kontrolle, wie so ein Haustier. Und Shimo friert dann dem Planeten ein. Das ist der Plan. Warum? Also, da, was hat Skarking jetzt eigentlich vor? Ich verstehe es immer noch nicht. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen mehr Aufschluss geben. Ich habe keine Ahnung, was dem sein Plan im Endeffekt ist. Aber wir sehen auf jeden Fall einen relativ generischen Strahl in den Himmel unten rein. Und ich kann jetzt schon wieder prophezeien, dass das ein oder andere Video, was jetzt von lieben YouTubern rauskommen wird, wird sich genau an diesem Strahl in den Himmel aufhängen und sagen, oh, der generische Strahl in den Himmel. Bullshit. Hat auf jeden Fall einen Hintergrund. Timo will hiermit die Atmosphäre verändern. Ich finde es ziemlich cool. Dann sehen wir eben auch noch, wie die Menschen aus Rio versuchen zu flüchten. Oder sie rennen zumindest vor diesem Eisstrahl, vor dieser Eisattacke weg. Dann gibt es erneut einen Cut auf einen Kong und einen Godzilla, die nun beide irgendwie in Ägypten sind. Und Kong greift Godzilla an. Daraufhin erklärt uns dann im Hintergrund eine Stimme, naja, Kong ist einfach im letzten Aufeinandertreffen mit Godzilla beinahe gestorben. Und die beiden müssen sich ja auch nicht mögen. Sie müssen nur zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass in diesem Kampf, den wir im Trailer sehen, dass da weder ein Skarking die Hände mit im Spiel hat, noch irgendwie, dass Godzilla böse geworden ist. Ich glaube, die beiden kappeln sich hier einfach. Denn auch ein Adam Wingard hat bereits bei der Empire ausgesagt, dass die gesamte Beziehung zwischen Kong und Godzilla soll so ein bisschen an eine Buddy-Cop-Geschichte erinnern. Also die müssen quasi aus Zwang zusammenarbeiten. Ich muss dabei immer an so Goku und Vegeta denken. Ich finde es schon ganz nett, wenn das wirklich in einigen Maßen, in guten Maßen Humor mit in die ganze Story mit reinbringt. Aber wirklich dann ganz, ganz, ganz gezielt in Maßen. Daraufhin gibt es den Shot an die Copacabana. Den kennen wir aber auch schon, da wo Skarking die Menschen unten an der Erde anbrüllt. Und ich schätze mal, dass das hier sogar der Moment ist, kurz bevor Shimo dann seinen Eisstrahl eben in den Himmel hochballert und dann eben die Menschen vor der ganzen Nummer fliehen. Und ich frage mich wirklich, ob sie so weit gehen und die gesamte Erde einfrieren lassen oder ob der Film so eine typische 0815-Marvel-Nummer daraus macht, dass man im letzten Moment es doch noch schafft, diesen kompletten Eisangriff irgendwie zu verhindern. Es muss nicht mal die ganze Erde eingefroren werden, aber ich würde mich einfach freuen, wenn das wirklich Konsequenzen für die kommenden Filme haben würde. Wenn in kommenden Filmen einfach darauf eingegangen wird, dass Rio de Janeiro quasi das neue Tschernobyl ist, eine komplett zerstörte Stadt, das weiterhin tief eingefroren ist, das Eis von Shimo, das schmilzt möglicherweise nicht. Und man kann diese gesamte Fläche immer noch nicht betreten aufgrund seiner Kälte. Also ich würde da auf jeden Fall ganz gerne irgendwie Konsequenzen haben für die kommenden Filme. Achso, wir sehen auch nochmal ganz kurz, wie sich Kong irgendwie nach hinten umdreht und irgendwas fliegt an ihm vorbei oder erhebt sich über ihm. Und der Trailer will uns damit suggerieren, dass das eigentlich Godzilla wäre. Das ist aber Quatsch, weil dann müsste Godzilla ja wesentlich riesiger sein als Kong. Wir sehen ja im Trailer, das ist nicht der Fall. Also Godzilla ist weiterhin größer als Kong, aber nicht in diesem Ausmaßen. Wir haben daraufhin im Twitch-Stream darüber diskutiert, was das wirklich sein könnte. Und ihr habt dann zu mir gemeint, ey, das könnte im Endeffekt auch einfach Mothra sein. Und da muss ich sagen, ja, das würde irgendwie Sinn ergeben, dass das Mothra wäre. Wir hatten zwar auch schon die Theorie aufgestellt, dass das Rodan sein könnte, aber ja, wenn wir halt in die Richtung Rodan jetzt gehen, dann kann das jeder andere Kaiju auch einfach sein. Und von Mothra wissen wir jetzt eben, dass sie mit dabei ist. Und deswegen macht das für mich am meisten Sinn, wenn das auch Mothra ist. Shimo ist ein Weibchen, damit ist der Film wieder Vogue. Und wir sehen dann den Kampf Skarking gegen Kong. Das wird dann quasi das Rematch sein. Hätte ich jetzt vielleicht noch nicht im Trailer sehen müssen, da wir ja in der Hollow Earth gesehen haben, dass beide schon gegeneinander kämpfen. Und jetzt wissen wir, ja, die werden auch dann ihr Rematch bekommen. Hätte man sich vielleicht auch denken können, könnte ich jetzt aber nicht im Trailer unbedingt sehen müssen. Und zwar schlägt Kong hier Skarking einmal voll in die Fresse und daraufhin fliegt dann Skarkings Zahn raus. Zumindest scheint es laut dem Trailer so zu sein. Allerdings gibt es ein Spielzeug von Kong, wo Kong so einen Metallzahn hat. Also möglicherweise hat der Trailer uns ja einfach auf eine falsche Fährte geführt und der Zahn, der darunter fällt, ist dann später eigentlich Kongs Zahn. Was ein krasser Twist das jetzt wäre. Das wäre mir so egal, wessen Zahn das ist. Auf jeden Fall ist die Szene halt ziemlich cool, weil dieser Zahn auch gewaltig groß ist und einfach so dann auf die Straße in Rio einschlägt. Das sieht schon echt geil aus. Und dann kommen wir jetzt zu den Szenen, wo ich keine Ahnung habe, wie ich mir die persönlich erklären soll. Wir sehen erneut, wie Kampfjets mit Maschinengewehren montiert auf Godzilla losfliegen und Godzilla angreifen. Godzilla macht dann daraufhin seine atomare Explosionsattacke und bringt einfach die ganzen Menschen um, die in diesen Flugzeugen drin sitzen. Und ich kann mir nicht erklären, warum jetzt schon wieder ein Konflikt aufbricht, wo die Menschen Godzilla angreifen. Das ist entweder eine Vision von Gia, die eben sieht, ey, wenn Skarking irgendwie sein Ziel erreichen kann, was auch immer das ist, dann wird Godzilla zu diesem bösen Godzilla. So ein bisschen das Batmans Albtraum, der Superman böse wird Thema. Oder sie werden es jetzt erneut eine dämliche Geschichte aus dem Arsch ziehen, dass Godzilla wieder böse ist und bitte nicht schon wieder irgendwas. Nee, ich fand das bei Godzilla vs. Kong schon nicht ganz so geil gelöst, dass Godzilla einfach wahllos irgendwelche Labore angreift, weil er einfach denkt, oh, Ghidorah ist noch am Leben, weil dieses Stück Gehirn noch von Ghidorah da am Start war. Ich will sowas jetzt nicht mehr haben. Das wäre aber allerdings auch irgendwie eine Erklärung dann dafür. Ich behaupte einfach mal, entweder ist es wirklich so, dass wir wieder eine Geschichte erzählt bekommen, warum jetzt die Menschen doch wieder gegen Godzilla kämpfen, aus welchen Gründen auch immer. Oder wir haben hier eben einfach eine Vision von Gia, die sieht, was passieren kann, wenn die ganze Nummer hier eben in die Hose geht. Daraufhin sehen wir dann auch, wie sich das Ei von Mothra quasi nach unten hin auflöst. Ich schätze mal, dass Mothra jetzt hier einfach schlüpfen wird. Bin mal gespannt, was sie noch für eine große Rolle haben wird in der ganzen Nummer, weil darüber wissen wir eigentlich auch noch so gut wie gar nichts. Und ich glaube mal nicht, dass Mothra jetzt schon wieder getötet wird. Das wäre ein bisschen langweilig. Ich glaube, dass da noch irgendwas passieren wird, was wir vielleicht so noch nicht mal im Trailer gezeigt bekommen haben. Und eben auch, naja, dann erst im Film sehen werden. Dann sehen wir eben noch die Szene, die uns auch das Spielzeug von Zuko ein bisschen gespoilert hat. Denn Zukos Spielzeug hat die Fähigkeit, über so eine Armhydraulik so einen Plastikstein zu schmeißen. Und in dem Spot von dem Spielzeug sehen wir eben, wie Zuko so einen Stein in Skarkings Gesicht wirft. Das sehen wir jetzt hier auch. Allerdings wirft er hier einen Stein eben nicht in Skarkings Gesicht. Sondern er wirft hier den Stein auf einen, naja, von Skarkings Soldaten eben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall irgendwie eine Art von Schlacht in der Hollow Earth dann zu sehen bekommen. Ebenfalls sehen wir im Trailer auch noch, dass Zuko wirklich am Kampf gegen Skarking beteiligt ist. Nämlich in der Szene, in welcher Skarking gegen Kong kämpft und Godzilla gegen Shimo. Da wird auch Zuko sich mit einmischen. Und ihr habt mir geschrieben, ihr hättet auch irgendwo Duck ausgemacht. Ich hab von Duck jetzt nichts gesehen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass ebenfalls Duck mit eingreift. Und ich finde diese ganzen Größenvergleiche, die Größenverhältnisse immer ganz interessant. Da ja wirklich Zuko quasi ein Mini-Kong ist. Und dann siehst du einfach, wie der so zwischen Hochhäusern steht. Und merkst, ey, sogar die Minis bei diesen Titanen sind unfassbar riesig. Das finde ich immer sehr witzig. Und ja, ey, ich freue mich auf jeden Fall auf Zuko. Ich glaube, auch der könnte Hit oder Miss werden. Entweder wird der so eine schöne Portion von kleinem frechen Humor mit reinbringen. Oder er wird der nächste Jar Jar Binks, diesmal der des Monsterverse, werden. Dann bekommen wir noch einen Blick auf Kongs neue Armpothese. Das ist keine Armpothese. Das ist ja mehr so ein Schutzhandschuh, der Elektrizität in irgendeiner Form verwenden kann. Das sehen wir auch bei dem Spielzeug. Und auch hier sehen wir jetzt nochmal, dass der wie so Transformers-mäßige Platten auf und zu machen kann. Und dabei dann irgendwie so Blitze auf und ab kommen. Das könnte so eine Art von Reibungsenergie sein. Auf jeden Fall sehen wir dann auch, wie Skarking mit seiner Peitsche das Dach von so einem Hochhaus herausreißt. Und dann eben auf Kong damit einschlägt. Und der haut dann mit dem Elektrohandschuh einmal voll dagegen. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ich glaube wirklich für alle Leute, die gesagt haben, ich will hier eigentlich nur Monster-Action sehen. Ihr werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht werden. Ich glaube, hier gibt es einige ziemlich geile Kämpfe. Dann sehen wir zum Abschluss nochmal Godzilla und Kong, wie sie in die Luft schreien. Weil sie jetzt die Alphas sind oder ähnliches. Und im Hintergrund sehen wir dann eben auch die Swings. Das heißt, dieses ganze Szenario ebenfalls in Ägypten wird relativ wichtig sein. Und noch ein Fakto, warum die Pyramiden definitiv eine gewaltige Rolle spielen werden. Wir sehen relativ zum Beginn von dem Trailer nochmal ganz kurz Shimos Augen. Und Shimos Augen tauchen so zwischen so drei Dreiecken auf. Und diese drei Dreiecke stellen die Pyramiden in Ägypten dar. Das heißt, diese Pyramiden werden irgendwas mit Shimo zu tun haben. Werden noch irgendeine größere Rolle spielen. Es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum wir die jetzt wirklich in jedem Trailer, in jedem zweiten Poster, egal wie und wann, präsentiert bekommen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts allzu Wichtiges vergessen. Ich habe allerdings auch noch auf meinem Reaction-Kanal unsere gesamte Live-Analyse hochgeladen. Da kannst du gerne mal draufklicken. Die habe ich dir entweder da oben verlinkt oder unten in der Beschreibung. Das Ganze geht eben nur noch mal länger. Und da haben wir uns dann eben live zusammen jeden einzelnen kleinen Spot angeguckt, jedes Bild angeschaut. Und das kannst du auch sehr gerne nachholen in den Kommentaren und mitdiskutieren. Schreib mir auf jeden Fall auch hier in die Kommentare unten rein. Was hältst du vom zweiten Trailer von Godzilla Kong? Bist du genauso gehypt wie ich? Bist du auch der Meinung, das könnte mitunter der beste Film des Monsterverse werden, obwohl Godzilla 2014 weiterhin bei mir auf Platz 1 bleiben wird? Also aktuell, ohne den Film Godzilla Kong gesehen zu haben, wenn der Film wirklich so gut wird, wie ich es im Gefühl habe, dann wird Godzilla 2014 mein Platz 1 werden, Godzilla Kong mein Platz 2, Godzilla vs. Kong mein Platz 3, Godzilla King of the Monsters mein Platz 4 und Kong Skull Island mein Platz 5 werden. Das wäre dann eben mein Ranking. Aber das können wir in Ruhe auch nochmal besprechen, wenn dann der Film endlich draußen ist. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.